Wir können eigentlich... Wir fehlen noch zwei. Ah, die fehlt mir. Irgendwann finde ich die bestimmt. Da musst du dann... Mit einem anderen musst du einen LKW aufmachen. Den Schlüssel habe ich auch. Oh, einen Truck-Schlüssel habe ich auch. Ja, ist das der... Ach, aber nicht bei, ne? Ne, ne, nicht dabei. Ja, gut. Okay, ich bin da. Ah, okay, dann soll. Neben mir steht ein leuchtender, blinkender Mini-Weihnachtsbomb. Der ist mich gerade hart am abfangen. Ohhhh... Boah, du kannst dich ja richtig gut aussehen mittlerweile. Boah, ich muss... ...dass man drüberkommt. Ach so, verdammt. Hättest du nicht sagen dürfen, oder? Das ist noch... ...dass man drüberkommt. ...dass man drüberkommt. ...dass man drüberkommt, oder? Du kannst du nicht sagen drüberkommt. Geduld, dass du bitte um nass. Oh, du kannst mir immer wiederholt. Oh, du kannst. Oh, du kannst du bist. Und du shinesst. Oh, du bist, du kannst. Oh gut, hier sind wir jetzt mal verreckt. Komm rein und mach die Tür zu. Komme. Ich muss jetzt die Tür auftreten. Ach du Scheiße. Kannst du den anderen Raum looten? Ich hab wieder Coutons gefunden. Ich hasse Coutons. Zahn, Pasta, Zigaretten. Bekannten Schlüssel gefunden? Nee gar nicht, einen Raum. 306. Oh, das ist für Dingens. Scheiße, wie heißt das nochmal? Ich weiß wo, ja ich weiß auf welchem Platz ist. Es ist nicht auf dieser. Ach man, wie heißt die anderen auch mal? Die wir noch nie gespielt haben. Da war ich schon, ist gelootet. Hast du die Computer durchgekriegt? Natürlich. Und da hat nichts. Hier sind Steps. Unten da hat das Step jemand, der will bestimmt hier rein. Ja. Zwei Mann, zwei Mann. Ja, ja, ja. Die looten erst unten jetzt glaube ich. Hast du auf Autofeuer? Ja. Geh aber in die Tür rein, ne? Ich stehe auch in der Tür. Nö. Wenn du so bleibst, ist perfekt. Einer hätte da draußen bleiben sollen. Wahrscheinlich, ja. Aber dann wäre eine von uns schon tot. Ich höre auch keine Steps mehr. Wir sind da unten. Wir gehen ganz langsam glaube ich hier hoch. Nee. Sind die geschossen? Ja. Irgendwas Schallgedämpftes. Da ist vielleicht eine Netze oben rein fliegt, ne? Kann man die Tür hier zumachen, indem wir drunter stehen? Ja. Okay. Trink mal einen Schluck Ursaft. Nein. Gar nichts. In real life, hallo. Achso. Ich weiß nicht, ob man das sieht von außen. Ich denke nicht, ne. Kriegst du dich? Ich habe mich gerade einmal ein bisschen gedreht. Anscheinend zu schnell. Ich habe einen Step gehört. Einen einzigen. Auf Holz. Okay. Waffe. Ich bin aus dem Zoom rausgekommen. Holz. Du hast die Tür im Blick, ne? Ja, ja, ja. Geh mal langsam hier rüber. Am Fenster, guck mal kurz. Das sind Bots. Bot. Aber die sind doch gerade gerannt, oder nicht? Ja, ja, das waren Spielerfunde, die hier waren. Was? Hier kommt die Treppe hoch. Wieder runter. Oder? Ja, ist vorhin gegangen. Das war ein Bot. Ich habe mein Fenster gesehen. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, nein. Das waren, wenn es gab Spieler. Also ich habe ihn kurz am Fenster gesehen gehabt. Ich glaube, er hat mich wahrscheinlich auch gesehen. Wir haben gesehen, dass die Tür nicht entriegelt. Also, weißt du? Ich meine sie jetzt einfach aufmachen. Wir sind so am Arsch. Ich schleiche mal zum Fenster und guck mal, ob ich was sehe. Hier drinnen am Fenster, oder außen? Außenfenster. Steps? Komm wieder. Von dir? Nein, nein, nein. Ich komme jetzt zur Tür. Oh, nein, nein. Tür. Tür Steps. Ja, ich aim ab. Ich aim ab. Ich habe gerade am Fenster gepickt, nach außen noch. Ich habe nichts gesehen. Da sind doch unsere Spieler. Tür geht nach links auf, ne? Ja, ja. Außen. Da müssen wir so einen Dreck im Blick haben, wenn die Tür aufgeht. Ich stehe gerade am Fenster und gucke in die Halle rein. Ich sehe niemanden gerade. Wir werden auch direkt hier vor stehen bei uns. Das sieht man stark von aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Steps gehört. Ich habe gehört, wie sie doch hier an dem... Jaja, einer ist hochgelaufen. Und ist dann auch wieder untergesprintet. Das ist ein schönes Blick. Ja. Nehmt sich da gerade jemand? Ich glaube es regnet, oder? Hast du mal Bock die Tür aufzumachen? Soll ich wirklich die Tür aufmachen? Ich weiß nicht. Wir müssen ja auch irgendwann wieder hier raus, ne? Ich glaube wir sind, ehrlich gesagt, ich glaube wir sind safe. Also ich glaube nicht, dass sie jemand abhebt. Ich glaube nicht, dass sie jemand weiß, ob wir drin sind. Ich will es nicht besp... Wir haben ja auch nur Scaf als Gegner, ne? Naja. Da kann man auch Spieler hier hin. Aber Renn-Scaf? Ich weiß es nicht. Ob Scaf hochrennen... Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder Scaf-Spieler oder so. Soll ich einfach mal aufmachen und dann mal gucken, was passiert? Ja mach mal. Ich eben ab. Welche Seite soll ich gehen? Welche jetzt hier links? Machst du zum Feuerlöscher auf. Was würde ich jetzt für eine Smoke geben, ey? Ohne Spaß. Sind sie dabei? Ne. Es gibt welche, aber die sind scheiß und teuer. Ja, ich weiß. Wir haben ja Zeit. Es ist ja nicht so, dass wir unter Druck jetzt stehen. Denken die sie sich abheben? Die uns abheben wahrscheinlich auch. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, das können wir schon mal gucken. Altenheim VX, alte Tankstelle, ZB, B1012 und 10L. Ja, wir haben die... Wir haben alle diese... Das ist alles am Arsch der Welt. Ja. Mal, wo ist denn die Old Gas Station? Wo sind die nochmal? Äh, unten auf die 12 ist das. 12. Ach, da. Wir sind grad bei... 9. Rechts neben 9. Ne, wir sind... Ne, wir sind... Ne, wir sind... Ganz links. Ganz, ganz links sind wir. In der... Ach, ja, 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 ja. Ja, in der... In der rechten... Da, wo auch die gestrichelte Linie rausgeht. Genau. Ach, du Scheiße, Alter. Das heißt, wir müssen... Äh, ja. Das heißt, wir gehen... Ah, ja. Ist einer auf mich? Auf dich? Ja, von außen. Kann ich zurück schießen? Ja, wenn du ihn killen kannst, gib ihm. Auf mich auch? Oh Gott, ey. Das war aber keine Pistole, Alter. Holy fuck. Okay, das war ein cleaner Headshot, den mein Helm sauber abgewehrt hat. Guter Helm. Ich hab ihn erledigt. Da war noch einer. Das... Der war weiter links. Ja? Äh, ja, ja. Der hat auf mich geschossen. Das war keine Pistole, die auf mich geschossen hat. Einen hab ich. Ich geh' nochmal pieken. Kann sein, dass ich jetzt sterbe. Was ist das? Eine Pistole. Auf jeden Fall ein Scaff. Ach, da hinter dem Holzbox, ne? Ja, genau. In den Holzboxen. Ja, okay. Dann war der, dass der auf mich geschossen hat. Ja, ja. Okay. Musst du dich heilen? Ne, ne. Der Helm hat alles abgefangen. Ich hab einen HP von unten. Einen. Okay. Was jetzt? Ich hab bestimmt Spiele angelockt. Vorher. Ich bin raus. Scheint alles gut zu sein. Tot. Hier runter. Unten ist sauber. Halle ist sauber. Warte mal. Ich bin mega gespannt, ob die EC gelootet haben. Ne, ist noch was drin. Wolltest du da hinten gucken nach dem Teil? Da ist auch noch ne Waffenkiste. Ich möchte hier ehrlich gesagt gerade nur weg. Okay. Willst du? Ich hinter die, hinter die, hinter die. Richtung Ausgang. Wir haben eh einen weiten Weg. Ich glaub eh nicht, dass wir nebenan kommen würden. Okay. Guck ich auch nicht. Wir könnten hier noch so viel lupen von hier. Da ist die Gier. Hahaha. Da ist doch wirklich. Wir könnten hier noch so viel lupen. Wir sind jetzt. Aber wir müssen. Wir sind bei vier unten. Wir müssen da links drüber. Ja, wir müssen. Wir müssen da links drüber. Wir müssen da links drüber. Wir müssen hier in die blaue Halle kurz rein. Könnten wir. Ja. Hier ist looted schon. Die eine Tasche. Ist alles schon offen hier. Hier dann raus. Hier links. Hier 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 hier. Bei mir. Über die Schienen. Über den Fluss. Über den Fluss. Richtig. Aber wir schossen gut. Ehrlich? Ich hör keine Schüsse gerade. Der Regen ist ganz gut gerade. Der Regen ist ganz gut gerade. Ja. Wir müssen da links vornher laufen. Okay. Ich bin wieder dir. Ich weiß jetzt nicht ob das. Eine gute Idee ist. dann müssen wir da vorne mit so weit. Hier haben wir ja noch ein bisschen Schutz von links. In dem Waggon ist auch noch ne Kiste oder nicht? Da wurde es halt jetzt mal weggehoben weißt du noch? Hier in den linken Häusern ist auch noch ne Kiste drin, ne große, in dem weißen hier Direkt um der Ecke Äh ich hab's gefunden Wir sind jetzt da, ne Pistole, cool Ich hab ne 5-7 gefunden, geil Dann willst du dann am liebsten jetzt rausgehen Ähm Warte mal, welche haben wir noch mal? Wer haben? Oh ich würd fast, ich würd fast Old Gas Station sagen oder? 12? Oder was meinst du? Mir ist egal, sag du Gibt's viele Bots Gibt's viele Bots Ja dann Gibt's viele Bots Welchen haben wir denn noch? Äh welchen haben wir denn noch? Dom VX wo sind das? Dom VX 10 Ach oben Oh das ist aber auch gefährlich ne? 10 oben zu nehmen Ja Da können wir am leicht, also am einfachsten hin, ne? Ja Eigentlich Hier oben über die Straße, dann weiter immer durch den Wald Ich würd theoretisch einfach nur über den Fluss gehen und dann am Ufer weiter lang laufen, oder? Am Ufer weiter lang laufen, bis wir dann zu dieser abgerundeten Kurve kommen Dann zu 6 hoch und von der 6 aus an der Wand lang Ja machen wir das so Dann gehen wir jetzt hier links unten weiter Willst du noch nicht die Seite wechseln? Ne lass uns noch, ich bin ja noch Ich bin ja da rüber gehen nach vorne Ja 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 Und ich renne jetzt Oh Gott, das ist überhaupt nicht laut, ey Oh Gott, das ist überhaupt nicht laut, ey Hier ist irgendwas Aber ich weiß nicht, ob das so süchtig ist Ja, hier ist ein Boot, ja Ja, hier ist das Also da müssen wir jetzt nicht mehr Ne, ne Ok, alle Zeit der Welt Nichts, ich geh vor Nein, geradeaus Nein, da ist ein Bot Du bist ja mutig, der steht da, siehst du den? Soll ich die Mehrschaft geben? Wenn du es schaffst Tot Alles klar Alles klar Komm her Und renn's auch einfach rüber Ich hab Ich muss doch nach links und nach rechts gucken, wenn man die Straße läuft Hat mir meine Mutti nie beigebracht, sorry Wasser Achtung Rad Boah, ich muss auf die Ansprung erstmal ein Schluck O-Saft trinken hier Mach doch keine nichts Ah Ok, weiter geht's Ich bin schon fast da, lol Hier ist gelootet Warum nicht looten? Ja Ja Ja, ich würde jetzt sehr, sehr vorsichtig vorgehen Wolltest du nochmal hier rein? Hahaha Fucking Regen, ey Ich höre nichts und ich sehe kaum was Oh Gott, wir gehen näher aufs Gebäude zu Oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein, ich will halt nur, dass wir geschützt sind von den Bäumen Och, ich hab mich gerade wieder vom Regentropfen erschrocken 7.000 Rubel? Was? Ja Ich hab gesagt Ach, da hast du aber auch niemand dran gedacht Ok Scheiße Da hast du auch niemand dran gedacht Nein So, wir sind jetzt bei 10 Ja Da haben sie vier Ecks Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Wir müssen ZB 10 12 ZB 10 12 ist 15 Wo ist nicht 15 Eine Tankstelle solltest du, ne? 15 15 ist Ja, 15 ist auch in der Nähe von der Tankstelle Und 10, 11 10, 11 ist 18 Wo ist die 18 Ist auch da unten in der Ecke 18 ist auch da unten Ja, wollen wir einfach Mauer entlang dann 18 Einfach komplett straight Mauer entlang Ja, wir werden aber gleich, äh, die Straßen weiter wechseln müssen oder nicht? Was? Ne, wir können einfach, wir sind jetzt bei 10 Laufen einfach jetzt die Mauer weiter entlang Richtung 14, dann 16, dann 17, dann kommen wir bei 19 Und dann müssen wir einmal über die Straße Und dann sind wir schon fast bei 18 Und dann sind wir schon fast bei 18 Das ist da dieser kleine Kabuff, wo du runter gehen musst, die Treppen Weiß grad gar nicht die Sache ehrlich sind, ich sag nicht, wo du bist Ich bin gerade raus weiter gelaufen, ich bin hier an der Mauer Geht doch auch, oder? Ich spritte Okay Du, wir müssten mich ja hören, ne? Jetzt hör ich noch gar nicht Jetzt seh ich dich Hier war einer, hier war einer, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Alles gut Weiter, 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 weiter Wie? Weiter, weiter Wo einer ist, kommt meistens noch ein zweiter So ein Spieler Ja, ja, wo einer kommt, ist meistens noch ein zweiter Ja, aber ich muss den doch looten Ja, 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 richtig Aber erst mal ein bisschen schön Fucking Stacheldraht, Alter Ich wollte grad sagen, Alter, du läufst die ganze Zeit vom Stacheldraht Ich hab ihn nicht mal eben Boah, der hat dich gerade im Visier genommen, Alter Ja, jetzt hast du mich den Arsch gerettet, danke Sehr freundlich von ihnen Hier, willst du einen looten? Welchen looten? Ich übernehme deinen Busch dafür Ja, ja, ja Robbe dahin Noch die Robbe Robbe Noch die Robbe Robbe Oh, Alter, willst du mich verarschen? Mach den Justus Justus Hallo Ich bin grad noch im Taghof, wir sind aber auf meinem Weg nach draußen Gehen Ich schwöre dir Justus, Taghof wäre auch ein Game für dich Wolltest du dauerhaft in die Hose scheißen, glaube ich Der ganze Rucksack ist voll Der ganze Rucksack ist voll Der hat im Rucksack im Rucksack Und der Rucksack im Rucksack ist wahrscheinlich noch voll Da ist noch was drin, ja Sehr gut Ich geh mal zurück zur Mauer Keiner der uns flenkt Lipskarte Schlüsselkarte Was? Lips Schlüsselkarte Oh, wir haben einen langen Weg vor uns, ne? Wir haben noch 15 Minuten 17 Sorry Er ist ja einfach da liegen, ne? Ja, ich stehe Wie du stehst Ja, ich stehe, ich mach keine Geräusche Ich hab die Kopfhörer auf Ich hoffe nicht, dass einer jetzt kommt Achso Ich geh mal wieder zurück zur Mauer Guck mal nach links So, ich packe ein paar Sachen Bei ihm rein Ich kann die nicht alle mitnehmen Okay Ich werde sie mitnehmen Auf dich? Hast du geschossen? Nein Das kommt von den Gebäuden Ne, das ist weiter links Alter Das kommt aus der Richtung, wo wir hin müssen Fuck Ich hab den Rucksack im Rucksack Und hier liegen noch ein paar Sachen rum Ich hab noch ne Noch ein paar Sachen hier rumliegen Okay Ich geh mal gucken Auf jeden Fall Kopfhörer auf Für alles Richtig Alter Du bist aber nicht weit weg Ne Ich hab noch ne Pistole dabei Oh, nehm ich mit Oh, nehm ich mit Da liegt noch ein Helm Ein grüner jetzt Machen das ist gut Ich hab mein Leben gerettet schon einmal Bleiben beim UN-Helm treu Okay, ich hab alles mitgenommen Alter Jetzt fängt es ja richtig an zu schippen Okay Wie viel Zeit haben wir noch? 16 Minuten oder so Ich höre gerade Ich höre gerade original gar nichts Ich höre noch nicht mehr TS Weil es so laut ist Weil ich muss mal eben TS weiter machen Ja, das soll ich wohl Okay, jetzt soll ich euch wieder Ich mach fertig einfach Ja, ja, ich bin da Okay Ich bin bei dem Zelt hier Wo bist du? Ja, okay Also Alter, ist das laut Boot Kommst du hier durch? Ja, ich komm mit dem Auto vor Los, komm mit dem Auto selber Ja Warum wird mein Bild so verschwommen? Habe ich irgendwie ein Wehwehchen oder sowas? Regen Regen Ne, das wird so schwarz-weiß, so Ultra Ja, mir auch Okay So, du bist jetzt an der 8 Ich seh dich gerade nicht Auf der Schiene bin ich Ah, du bist runtergelaufen Okay, ich bin oben bei den Showmasken Ich lauf jetzt auch runter Ja Ah, ich seh dich Ja, ich hab ja auch gesehen Ähm, warte mal Mein hat irgendein Problem gerade? Guck mal nach Ah, mein Kopf ist erschöpft Ah ja, okay Ich verliere Leben Und zwar relativ fix Okay, wir müssen uns beeilen Der Regen töte uns gerade Ja, kann ich kommen Ich kann nicht mehr laufen Ich kann nicht mehr laufen Vielleicht hilft das ja Ähm, mein kompletter Alles von mir ist im Arisch Wie kann es dir denn noch gut gehen und mir nicht? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Also, ich habe den Headshot gekriegt Ja, das war alles in Ordnung mit dem Headshot Hier ist einer, hier hat einer einen Dingenskipp Komm her, hier ist eine Leiche Oh, dann in der Weste, in der Tasche Weiß ich nicht Ähm Da war einer Da war einer, habe einen gekriegt Okay Können wir nie in jedem hier heiler raus Ich pfeife mir mal die Coutons ran, ich glaube das hilft Ja, die Coutons helfen, okay Alter, wir können uns nicht so lange hier aufbauen Okay, ich bin sehr fit Kann man da gehen Äh, wo bist du? Ah da, okay Okay Ja, wir müssten eigentlich zu Zwölfels sprinten, ne? Ich hatte keine Energie mehr, deswegen war ich so am Arsch Oh Oh, dann will ich auch gar nichts Ich habe auch 21 Scheiße, aber war nicht zu kosten bei Ich habe 18 Ich verliere 2,8 pro Tick, also wir müssen uns ein bisschen beeilen Ja, komm, let's go Jetzt hier, äh, müssen wir Wir müssen hier über die Straße rüber Ja Und hier sind auch Bots Ja, ja Ey, wenn wir hier immer nicht rauskommen, ne? Ich habe da sowieso keinen Platz hier am Anfang Ich sehe keine Bots Run Du musst jetzt den Führer machen Ich mach den Führer Ja, ich mach den Führer Nein, nein, wir sind ganz nah dran Komm, komm, komm Da ist ein Bot Schön Da ist noch irgendwo einer Ja, rechts von uns Ja, ja Das war doch nicht, lauf weiter Du folgst mir, ja? Lauf, 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 lauf Kann ich mehr? Okay Wir sind da Wir müssen hier rein Hauptsache, da kämpft jetzt keiner Warte, ich hab Puls Und rein Ist frei? Frei? Ja, ja Oh, bitte Was ist der Ausgang rein? Ja, das ist der Ausgang Ja, das ist der Ausgang Oh, Alter Ich weiß nicht, wo ich die ganzen Sachen hinpacken soll Das ist das Schlimme Ich hab ja alles jetzt mit, ne? Ja, ja, das ist ein Mann gewesen Ja, ja Oh, Gott Was ein Krampf wieder, ey Oh, ich hatte grad so Puls, ne? Ich hatte so Puls Ja, geil, ey Dann weiß man doch, dass man noch lebt Oh, oh, ja Sauber, ey Oh, Gott, oh, Gott, Gott Survived 3 Skips gekillt Ich hab 3 Skips gekillt Das war ja kein Spieler Ich hab 2 gekillt Ich schätze mal, das war ein Ich schätze mal, das war ein Skips-Spieler Ich bin mal stark von aus Ich hab im gesamten Game 2 Schüsse abgefeuert Und dann mit 2 Headshots gegeben Ja, ist doch gut Das hat sich viel mehr angehört Das hat sich mir sowieso Salven angehört bei dir Echt, das war immer nur ein Schuss gewesen Ja, das hat sich wie so Hat sich das immer angehört Ja, wegen deinem Kopfhörer wahrscheinlich Oh, Gott, oh, Gott Oh mein Gott, Alter Mein Inventar ist komplett Serino voll Ja, wir müssen halt mal verrecken mit unserem Main Aber das passiert einfach nicht Wir sind zu gut Wir sind heute nicht einmal verreckt Boah, das war aber erstmal Das war für heute erstmal genug Tag auf für mich, ey Ja, das war gut, ne? Ja, das war sehr gut So, um das Sortieren kann sich zukunftsfarbe Sorgen machen Habe ich noch hier eine Goldkettchen habe ich CPU-Lüfter Ich habe zwei Schlüssel Einmal R, B, P, S, 81 Und einmal den Raum 306 So, warte, ich gucke jetzt nach, auf welcher Map das war Der, Alter Der, R, R, P, Schlüssel 490.000 Oh Auf keinen Fall verkaufen, Leute Krass, muss ich erstmal gucken hier Rucksack im Rucksack War denn hier noch irgendwas Gutes drin? Ja, guten Helm, Nägel, Medizin, Zigaretten MR5 Noch, nochmal einen Schlüssel Für Raum 103 Reserve ist das Ich habe einen für 306 und einen 103 jetzt Oh